Yo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon Short-Up-Part. Wir spielen heute wieder Generation 9 Oberused hier. Unser Team heute besteht aus einem Golden Go, Tinglew, Deoxyspeed, Garanagl, Ogapon und Kliska. Wir spielen hier ein physisch defensives Golden Go mit Focus Blast, T-Wave, Hex und Genesung. Und dann hätten wir noch ein schönes Tinglew, ein Boden-und-nicht-Pokémon mit Wirbelwind, Erdbeben, Ruination und Spikes. Bin mal gespannt, wie Tinglew im Oberused ist. Es ist natürlich gut, aber ich habe es noch nie wirklich gespielt. Dann hätten wir noch ein Deoxyspeed, mixt mit Knock-Off, Ice Beam, Psychoboos, Superpower. Dann zu meinen Hass-Pokémon. Hoffentlich kann es uns heute helfen, ein paar Spiele zu gewinnen. Es kann Salt Gear, Schutzschild, Stealth Rock und Recover. Dann hätten wir noch ein offensives Ogapon mit Knock-Off, Ivy Card, U-Turn und Zugabe. Zu guter Letzt noch ein Gleisko mit U-Turn, Toxic, Erdbeben und Schutzschild. Wir haben in diesem Team eigentlich Spikes und Tarnsteine, die wir natürlich auf das gegnerische Feld werfen wollen. Und wir können sie verhindern, entweder mit Golden Go oder wenn der Gegner auflockern drückt, können wir sie natürlich mit Golden Go verhindern. Oder wir gehen in Ogapon. Es hat die Fähigkeit defiant. Wenn er auflockern drückt, steigt unser Speed um zwei Stufen. Und so können wir den Gegner pressern. Unser Gegner hat hier ein Dragapult, King Gambit, Landrus T, Ogapon, Valspring, Primarina und Volcarona. Ich glaube ich kenne das Team sogar. Egal. So, wir werden mal mit Dioxydliden predikten sein. Landrus T, wir haben hier Icebeam im Set. Und mit Icebeam können wir dieses Pokémon in der ersten Runde besiegen. Sehr schön. Gut, dieses Pokémon ist down. Das nächste ist Dragapult. Wenn er es so reinholt, geht er auf Sucker Punch. Ich vermute mal, wir gehen deshalb mal in Gleisgore. T-Wave funktioniert nicht. Aber das müsste wahrscheinlich ein Hex Dragapult sein. Wir gehen deshalb auf Schutzschild und scouten mal. Ja. Wir gehen nun in Tinglu, denn er kann nichts mit Dragapult gegen uns tun. Außer vielleicht die Kehrtwende. Gut, wir gehen jetzt in Tinglu. Der Gegner geht auf Hex. Macht null Schaden. Gut. Die Spikes kann er nicht wirklich entfernen. Will-O-Wisp. Okay. Wir gehen nun auf Ruination. Wollen wir in irgendeinem Pokémon 50% abgezogen? Oder wollen wir mehr Spikes haben? Ich denke, eine Lage wird schon mal reichen für den Anfang. Wir haben eher so ein defensiveres Team. Sagen Sie mir es mal so. Da können wir uns Zeit lassen mit dem Game. Gut. Und Ogapon Valspring. Da ist unser physisch defensives Golden Go, glaube ich mal, die Antwort. Sehr schön. Macht nicht wirklich Schaden. Hier können wir nun auf die Donnerwelle gehen. Er könnte theoretisch uns mit Abschlag attackieren. Aber in der nächsten Runde drücken wir Genesung. Und dann wäre dies egal. King Gambit. Okay. Donnerwelle trifft. Sehr schön. Wir können Focus Blast drücken. Aber die 70% will ich jetzt noch nicht eingehen. gehen wir in Garonackel. Nein, wir gehen jetzt mal in Tinglu. Er geht in Ramoth. Okay. Wir drücken Ruination in der ersten Runde. Und dann drücken wir Wirbelwind. Sagen wir den Pokémon 50% abgezogen. Yigert Raintank mir. Sehr gut. Okay. Weg mit dir. Das nächste ist Dream Arena. Tinglu könnten wir noch als Zag behalten. Aber wir müssen nicht wirklich ein Switchen in dieses Pokémon. und deshalb gehen wir auch auf Ruination. Er geht auf Sub. Dann gehen wir auf Wirbelwind. Die Hydro-Pompe besiegt unser Prima Arena. So, Ramoth ist ein bisschen angechippt. Nun können wir in Ogapong gehen. Und wir drücken einfach mal Ivy Cuddle. Oder wir drücken Abschlag. Wir könnten auch auf die U-Turn gehen. Wenn er drinnen bleibt. Gehen wir in... Gehen wir in... Ja, egal. So. Der ist nicht Choice Cup oder so. Kann Dioxys mit Ice Beam ohne Life War Beam besiegen. Ich weiß ja nichts. Aber was will das Pokémon gegen Geron Nackles tun? Hier können wir es einfach mal. Salt Gear drücken. Die dümmste Attacke der Welt. Für mich... Das ist wirklich meine persönliche Hass-Attacke geworden. Drain Dust. Das war sogar ein Crit. Lächerlich. Dragapult kann nichts gegen uns machen. Die Attacke macht Schaden. Dann macht sie noch so Schaden. Gegen Wasser Pokémon noch viel viel mehr. So, wir gehen noch mal auf Salt Gear. Okay. Die wechseln nicht raus. Dann gehen wir auf Recover. Zum Glück hat überlebt. Denn... Jetzt... Genesen wir uns sehr viele KP. Was sehr gut ist. 95% und das Pokémon ist down. Da sieht man, wie dumm die Attacke ist. Wohl Corona. Hier gehen wir Salt Gear. Okay, Ground. Das ist mir eigentlich egal. Denn wir machen guten Schaden, oder? Die 12%. Immer. Giga Drain. Wir werden hoffentlich nicht so viel Recoveren. So, wenn wir rauswechseln. Funktioniert die Attacke immer noch. Gut, wir gehen jetzt mal auf Schutzschild. Hoffentlich geht er nicht auf Quiverdance. Dammit. Er geht auf Quiverdance. Nun gehen wir in Golden Go. Giga Drain. Wie viel? Heilt er sich nicht so wirklich so viel. Fairy. Würden wir eine Attacke auf Plus 2 tanken? Ich weiß ja nicht. Nun gehen wir in Garanackel. Gehen auf Schutzschild. Ist er auf Quiverdance gegangen? Nein. Nein. Ich gehe auf Double Protect. Dammit. Oh. Gleisgore. Terra Water und Toxin. Hoffentlich geht er auf Feuerreigen. Das wäre gut für uns. Bitte. Ja, Furydance. Sehr schön. Die Attacke. Bitte keinen Spezialangriffs boost. Toxin. Sehr schön. Salt Gear und Toxin triggern. Jetzt können wir auf Schutzschild gehen. Und der bekommt jetzt sehr viel Chip. Terra kristallisieren können wir uns noch nicht mehr. Gleisgore will ich mir noch für das King Gambit aufheben. Er kann sich auch nicht mehr Terra kristallisieren. Das ist sehr gut. Für die anderen beiden Pokémon würde ich mir gerne Ogapon aufheben. Und Golden Go ist, finde ich, oder denke ich, gerade nicht so wichtig. Wir überleben sogar eine Attacke und stirbt er. Nein, dann stirbt er in der nächsten Runde. Wie geht er auf Recover, wenn er auch rauswechseln würde. Gut, dieses Pokémon stirbt jetzt. Wir gehen in Gleisgore oder nein, wir gehen in Ogapon. Ich denke, das wäre besser. Wenn er in King Gambit geht, gehen wir auf die U-Turn. Hm. So. Zum Glück liegen Hazard, sagen wir es mal so. Wir gehen in Ogapon. So. Hoffentlich gewinnen wir das Speed-Tile. Wir gehen auf Ivy-Cuddle. Oder die U-Turn wird auch ausreichen. Okay, er geht sogar in Primarina. Bitte geh auf Ivy-Cuddle. Nein. Dammit. So, Deoxys. Psycho-Boost gegen dich. Die Attacke wird sicherlich ausreichen, um dich zu besiegen. Wir drücken. Wir drücken Super-Power. Okay. Er hat nicht mal Sucker Punch gedrückt. Das ist sehr gut für uns. Das ist sehr gut für uns. Und der Gegner gibt auf. So spielen wir ja speziell defensiv. Eher ja. Garanagel ist gut für Roaring Moon. Gorging Fire. Ja, wir fangen mit Garanagel an. Er mit Wirtle. Perfekt. Wir gehen auf Soul-Gear. Oder wir gehen gleich auf die Tarnsteine. Was will er gegen uns tun? Gena, Lava, Bloom, Will-O-Wisp. Funktioniert nicht. Oder wir gehen gleich auf Soul-Gear. Ja, das werden wir machen. Sehr schöner Chip. 12% bekommen der M ab. Theoretisch. Kann der jetzt Schaden machen? Die Frage ist, hat er Hustle oder nicht? Wir gehen jetzt mal in Gleisko und aktivieren den Toxic ab. Schwer-Tanz-Lily-Chance. Ich wusste nicht, dass der Schwer-Tanz kann. Ich sag's euch ehrlich. Mh, ja. U-Turn. Triple-Axis. Ah, ich hab vergessen, dass er die Attacke kann. So, Lily-Chance. Und hier drücken wir Recover. Solar-Blade. Wie viel Schaden macht die Attacke auf Plus-2? Nicht wirklich Schaden. Gut, er bekommt immer Live-Up-Schaden. Jetzt gehen wir auf die Donnerwelle. Die trifft jedes Pokémon außer Iron Threads. Oder gehen wir... Wir gehen auf Focus Blast und predikten jetzt irgendein Pokémon, er stirbt. Sonst, der ist eh so... Okay, natürlich grittet er. Jetzt stirbt er zumindest durch Soul-Gear. Aber der Crit, der hätte nicht notwendig sein müssen. Walking Wake. Okay, wir gehen auf die T-Wave. Ich nehme mal an, der es der Choice-Spex ist. Deshalb gehen wir in Ogapon. Und hier können wir einen schönen Abschlag mal drücken. Oder die U-Turn. Ehrlich gesagt gehe ich auf... Ah, hm... Wir gehen hier auf Ivy-Karl. Ich dachte mir schon, dass er drin wird. Aber die Attacke macht trotzdem so viel Damage, alter. Nochmal Ivy-Karl, er stirbt. Jetzt können wir in Deoxys gehen. Nun einfach mal Psycho-Boost drücken. Gut, er geht in Kurte. Psycho-Boost, macht bitte sehr, sehr viel Schaden und Triff. Danke. Gut, Abschlag oder nochmal... Nein, nochmal Psycho-Boost. Die Attacke wird so 28% machen. Oder wir gehen auf Abschlag. Wir gehen auf Abschlag. Sehr schön. Ein Speed-Boost leider. Aber das ist uns egal, denn wir haben einen Garanagel. Er geht auf die U-Turn. Okay. So. Hier drücken wir Schutzschild, um zu scouten, auf welche Attacke er geht. So. Wie es so aussieht, ich denke zumindest mal, Terra Water Garanagel müsste den Gegner eigentlich zerbersten. Nehme ich mal an. Die Attacke resistieren wir auch, wenn wir physisch defensive sind. Macht die Attacke ziemlich viel Damage. Hier drücken wir Recover. Schutzschild wäre auch in Ordnung natürlich. Aber wenn er rauswechselt, bekommen wir mit Schutzschild nichts. Deshalb ist die Attacke hier gerade jetzt so wichtig. Abschlag könnte er drücken. Wir gehen mal auf Schutzschild. Und er wollte Voltwechsel drücken. Wir gehen auf Soulgear. Es war sogar ein Crit. 29%. Ich dachte, er würde auf Abschlag gehen. Aber okay. Soulgear. Für sein Roaring Moon. Bitte macht guten Schaden. Ja. 17%. Dann nehmen wir 12. Gut. Wir gehen hier auf Schutzschild. Oder wenn er auf Abschlag geht, wäre das schlimm. Wir gehen auf die Tarnsteine. Abschlag. Ja. Okay. Wir haben Schutzschild. Und natürlich. Genesung. Genesung haben wir noch. 7 AP. Outrage. Machtschaden. Für mich ist Roaring Moon irgendwie kein Drache. So. Wir gehen auf Schutzschild. So. Nun gehen wir nochmal auf Schutzschild. Ich meine auf Recover. Da sind wir bei 100%. Ich hoffe, dieses Kurtl hat nicht... Rapid Spin. So. Soulgear. Perfektes Pokémon ist down. Die Sonne ist noch 7 Runden oder 6 Runden draußen. Das Walking Wake stirbt durch die Tarnsteine. Deoxyspeed sieht hier sehr gut aus. Wenn die Sonne weg ist. Tinglu sieht hier natürlich auch gut aus. Gouging Fire. Was will das Pokémon gegen ich tun? Wir drücken Soulgear. Ja. Die Dance. Okay. Endlich kann ich Garrel Neckle mal so benutzen. Das ist ein Gegner abfuckt. Anders kannst du das nicht beschreiben. Schutzschild. Monixan. Okay. Wie viel macht Soulgear nochmal? Ich darf halt jetzt nicht Schlimme spielen. Wir gehen in Tinglu. Drangler macht Schaden. Okay. Wir gehen auf Erdbeben. Flareblitz. Killed. So. Garrel Neckle. Swordgear. So. Schutzschild. Dass die Sonne weg ist. Hoffentlich geht er nicht auf D-Dance. Er geht auf D-Dance leider. Okay. Okay. Leider haben wir nicht Fluch im Set. Fluch wäre jetzt gut eigentlich statt Schutzschild. Drangler. Drangler macht mir zu viel Schaden. Drangler. Okay. Wir gehen auf Saltgear. Wie viele Saltgear haben wir noch? 15. Und er hat noch 3 oder 3 Morning Sun noch. Okay. Gut. So. Saltgear. Drangler. Macht mir too much Schaden. Wir gehen auf Saltgear. Und er bleibt. Okay. Okay. Roaring Moon. Recover. Bitte komm durch. Nein. Deoxys. Äh. Ja. Icebeam. So. Was kann dieses Iron Threads? Kann mich das Pokémon One-Shotten? So. Kalk. Also dieses One-One hatte ich noch nie. Muss ich sagen. Deoxys. Speed. Offensive. Gegen ein Iron Threads, oder? Ja. Iron Threads. Threads. Okay. Mit keinem Haar Threads. Oh. You lead. Sagen wir einfach mal. So. Icebeam plus Superpower müsste reichen. Wir haben halt kein Life Orb. So. Haben wir noch genug Zeit? Ja. Kein Life Orb haben wir. Icebeam plus Superpower. Erdbeam tanken wir einmal. So. Ist der Angriffsinvestment dann? Nein. So. Wir spielen 200 Angriffsinvestment. Min und Min reicht nicht aus. Wenn wir auf Minus 1 Deaths sind, killt der mich dann? Ja. Also können wir in der ersten Runde nicht Superpower drücken. Psychoboost und Superpower, das ist der Gameplan hier. Obwohl wir haben maximal Spezialangriff, aber das ist hier auch gerechnet worden. Ja. Wir gehen auf Psychoboost. Ja. Natürlich Mist, die Attacke, das hätte nicht sein sollen. Okay. So. Okay. Okay. der könnte jetzt ein Nuzzle drücken, wir gehen in Glyscore oder in Garenacle sogar. in Golden Go könnten wir auch gehen. Also ich muss hier raus wechseln und ich gehe mal in Garenacle, Trick Room, okay, wir gehen auf Saltgear, Psychic Neues macht 27% Saltgear, er wird raus gewechselt, okay, wir gehen nun auf Schutzschild, denn er wird nochmal auf Psychic Neues gehen, okay, er geht auf Turtok, dann gehen wir auf Schutzschild auf jeden Fall, ah, auf Toxin auf jeden Fall, server tanken wir irgendwie und die Attacke geht daneben, ja. Wenn der jetzt Ausbruch drückt und ich auf Schutzschild gehe, das kann ich mir nicht leisten. Ah, Golden Go. Dann gehen wir in Ogapon, dieses Turtok macht mir zu viel Schaden, so viel sollte es eigentlich nicht mal tun, dieses Turtok, ist das Choice Becks? das ist ein Two-Shot zumindest, Tarnsteine. Wir spielen auf fast jeden Pokémon in Heavy Duty Boots, außer auf unserem Pokémon namens Garenacle. Ivy Cardle, dann U-Turn und wir gehen in Golden Go. Er geht hoffentlich auf die U-Turn, nicht auf Hurricane, okay, U-Turn resisten wir sogar vierfach, wegen Geist und Stahl natürlich, und, okay, was hat der Bildschirm bei mir gerade? So, er geht in Barrows Cuda. U-Da. So, T-Wave kann mich killen. Wir gehen nun... So, Ogapon tankt eine Attacke und Ivy Cardle killt dieses Pokémon auf jeden Fall. Er geht in Raging Bolt, okay. Ivy Cardle macht guten Chip, dann gehen wir mit der U-Turn raus in unser Tinglu. So, Tinglu kommt rein, okay, sehr schön. Dragon Pulse macht okayen Schaden, wir gehen auf die Spikes, die brauchen wir, da der Gegner so oft rauswechselt. Ah, wie konnte ich vergessen, dass der Weather Ball kann? So, Deoxys und Ice Beam. So, die T-Schlag-Attacke müssten wir ja eigentlich überleben. Er geht in Tinglu raus, okay, zwei Ice Beans werden ausreichen, denke ich zumindest. Ja, sehr schön. Freeze wäre auch nett gewesen, oder funny, sagen wir es mal so. So, Terra Water Garanackel funktioniert nicht so wegen Raging Bolt. So, Pelipper Psycho Boost. Head the Ring kommt rein, wieviel Schaden frisst das Ding? Okay, jetzt gehen wir auf Abschlag. Hatte der kein Item mehr? Hm, die hat sie die Red Card. Gut. Wir gehen nochmal auf Abschlag. Misty Explosion, okay. Das ist wirklich sehr interessant, so ein Trick-Room-Pokemon. Bitte gehen Barracuda. Schade, ich gehe dem Blastoise. Ja, Psycho Boost oder Knock-Off. Waterspout. Oh. So, Garanackel, Schutzschild. Dass das Toxin Blastos nicht getroffen hat, ist nicht so schön. Und der hat den Ü... Der hat Reindish. Lol. So, Terra Water Recover. Im Regen, wieviel Schaden macht das Ding resisted? Ah, zuviel Schaden. Okay. Dass mich Turzog... ...killt, das ist ein bisschen traurig. So, Ogapon. Ja, Leute, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Pack gefallen hat. Ähm... So, wir gehen auf die U-Turn. Wenn es noch den Kampf beenden... Hätten wir Trade-Blaze auf Ogapon, wäre das noch irgendwie möglich. Wir versuchen jetzt noch Gleisgau ein bisschen hoch zu heilen. In der Theorie kann unser Ogapon das Game uns noch holen. So, Schutzschild. Schutzschild, Double Protect. So. Wir gehen einfach mal auf Double Protect. Ogapon, Ivy Cuttle. So. Eine Attacke von Barracuda müssen wir überleben. Liquidation, sehr schön. Ivy Cuttle killt das Pokémon. Okay. So, Pelipper, Ivy Cuttle. Leider reicht die Attacke nicht aus. Ich hoffe, dass euch der Pack gefallen hat. Danke fürs Zusehen. Bis dann.